Einer der genialsten Community Days kehrt zurück und das Halloween-Update könnte richtig genial werden. Plus, hebt euch jetzt dieses Pokémon auf, denn es könnte bald eine Entwicklung bekommen. Kommen wir zum Dratini Community Day Classic. Das ist eine klassische Variante von Events, die wir bereits mal hatten. Und zwar diesmal Dratini am 5. November von 14 bis 17 Uhr. Der Bonus ist genial, nämlich der dreifache Sternenstaub beim Fangen. Ansonsten gibt es die ganzen anderen, erhöhte Bonbons, erhöhte Chance auf XL, zusätzlicher Spezialtausch, reduzierte Tauschkosten und so. Das fällt hier weg, ist einfach nur ein klassischer Community Day, wo man sich nochmal das Shiny holen kann, die Attacke vielleicht. Oder eben ein gutes, beziehungsweise paar XL Bonbons. Rauch hält aber 3 Stunden, Lockmodule halten 3 Stunden, es gibt die Snapshot-Überraschungen. Und wenn man Drago Nier zu Drago Ran bis 19 Uhr sogar entwickelt, bekommt man Draco Meteor. Benötigt man aber nicht wirklich, zeige ich gleich noch. Ja, und das Shiny. Sehen wir hier, durch die ganzen fehlenden Boni. Da konnte ich die direkt in diese Folie reinpacken. Schönes Shiny, finde ich. Eine Raid-Simulation gegen Palkia spuckte die besten Drachen aus und Drago Ran in Krypto-Variante hier auf. Der 2. Heftig, deftig. Also XL Bonbons zu sammeln lohnt sich und auch das normale Drago Ran ist auf Platz 14. Jetzt hört sich 14 vielleicht nicht so krass an. Doch erstens sind die alle relativ nah beieinander und ganz ehrlich, die paar Prozente Unterschied, das ist auch nicht mehr so wichtig. Drago Ran ist wirklich top. Allerdings braucht man nicht mal die Attacke Draco Meteor. Weder als Raid-Angreifer noch in der Go-Kampf-Liga oder so. Sondern man möchte Drachenrute oder Feuer-Odem ist kein großer Unterschied, doch empfohlenerweise Drachenrute haben und Wutanfall als Ladeattacke, weil die schon so ultra stark ist. Draco Meteor benötigt man nicht. Und für die Go-Kampf-Liga gibt es seit dieser Jahreszeit die Ladeattacke Kraftkoloss vom Typ Kampf für Drago Ran neu. Und die wird auf jeden Fall empfohlen gegen die ganzen Stahl- und Eis-Pokémon und so weiter und so fort. Drago Ran ist dann zwar vom Typ Drache und Flug, doch Dratini nur vom Typ Drache. In Pokémon Go haben wir aktuell drei beziehungsweise vier Pokémon, wo die Mega-Entwicklung passt. Nämlich Mega-Klurak X wird zum Drachen Altaria Latias Latios. Kann sich lohnen, bis dahin, bis zum 5. November, noch eine Mega-Entwicklung auf Level 3 zu bringen. Und weil das Event noch fast einen kompletten Monat in der Zukunft liegt, kann man das auf jeden Fall schaffen, sofern man die notwendige Mega-Energie hat. Und beim aktuellen Event bekommt man ja auch bei Feldforschungen zum Beispiel Altaria und ich glaube auch Klurak Mega-Energie. Also fleißig eure Mega-Pokémon leveln. Dann Update 0.251.0 hat uns ein bisschen Spekulatius beschert. Wir werden spekulieren. Dinge wurden dem Spielcode hinzugefügt. Paar Grafiken. Und ich glaube, Halloween wird ein geniales Event für uns darstellen. Es gibt mal einen Entwicklungsstein, allerdings hier nur eine Platzhalter-Grafik. Vielleicht folgt da ein neuer. Hisui-Stein oder so. Dann, das wird wohl einige freuen, doch halten wir unseren Hype vielleicht noch ein bisschen zurück. Zorua Ditto Encounter. Ja, Zorua fast gefangen. Fragezeichen, Rufzeichen. Schauen wir mal. Weiter geht es allerdings mit Halloween-Grafiken für den Himmel unter anderem. Dann irgendwelche Glüh- und Leuchteffekte. Hohes Gras. So ein bisschen im düsteren Halloween-Look. Wir haben einen Kürbis, der eventuell für POIs, also Points of Interests, sprich Arenen und Pokestops verwendet wird. Dass da so kleine Kürbisse drumherum sind. Andere Texturen für Park. Also das übliche Grün. Dann für den normalen Boden und für die Straßen. Sowie einige herbstliche Halloween-Blätter und mehr. Ich zeige gleich noch ein paar editierte Bilder, wo sich manche schon genau diese Änderungen angesehen haben. Dann gibt es noch ein paar Grafiken für verschiedene Effekte. Dann Icons, die aussehen wie Pokémon Go Plus und Pokéball Plus. Eine Video-Werbung. Hoffentlich nur optional. Und dann kann man sich, keine Ahnung, einen Rauch, ein Glücksei oder sonstige Dinge verdienen, wenn man sich so eine Werbung ansieht. Und das dürfte es gewesen sein mit Grafiken, die in diesem Update gefunden wurden. So, und nun hat 8-Bit-CR ein Content-Creator hier in Photoshop wohl ein bisschen rumgebastelt und die neuen Grafiken und Texturen schon mal ins Spiel eingefügt. So könnte das dann aussehen. Also ich habe jahrelang sämtliche Free-to-Play-Spiele gezockt. Online-Rollenspiele, MMORPGs, aber auch Browser-Games und vor allem Halloween und Weihnachten. Das waren immer so die zwei Events, vielleicht noch Valentinstag, wo im Spiel immer komplette Dekorationen waren. Kürbisse, Fledermäuse, die auf der Karte rumgeflogen sind, dann die ganzen Weihnachtspäckchen, Geschenke und so. In Pokémon Go haben wir ja diesbezüglich eigentlich gar nichts auf der Karte. Die Kürbisse und so weiter, die haben die Pokémon immer auf als Event-Kostüme. Aber wenn ich das so sehe, dann freue ich mich echt schon drauf. Und nun gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Es gab schon vor mehr als einem Jahr oder in etwa einem Jahr zum vorherigen Halloween-Event ein Konzept von jemandem. Nämlich von Reddit-Nutzer Sahil Garg. Da wurde einerseits mal hier der normale Screenshot, möchte ich zeigen. Und dann wenden wir den Halloween-Zauber an. Plötzlich sieht die Karte so aus. Ein paar geniale Laternen mit Leuchteffekt stehen da rum. Die Pokéstops in Orange passend zu Kürbissen. Im Hintergrund der Mond, Himmel und so. Einfach nur wunderschön. Und sogar unten beim Pokéball, wo man das Menü öffnet, hat man sich ein bisschen rumgespielt. Also das ist völlig frei erfunden und nur ein Konzept von dieser Person. Die vorherige Grafik von 8-Bit-CR, die ich gezeigt habe, war tatsächlich mit den Grafiken so ein bisschen, die man im Code gefunden hat. So viel mal dazu. Und außerdem wurde ein neuer Trailer zu Pokémon Karmisin und Pokémon Purpur veröffentlicht. Wo ein brandneues Pokémon vorgestellt wurde. Spoiler-Warnung, jetzt abschalten, wer es nicht sehen möchte. Aber es lohnt sich, weil dann kann man das schon in Gut sammeln. Denn es ist Farigiraf. Die Entwicklung von Girafarig in der Paldea-Region wird sich Girafarig entwickeln können. Cooles Pokémon-Konzept. Dieser Kopf, der eigentlich bei Girafarig am Schweif dran ist, der ist plötzlich ein zweiter Kopf. Also ich muss sagen, aktuell immer beim Fangen von Girafarig in Pokémon Go. War ich so, ja okay, nervig und ja, braucht man nicht. Wozu? Ich habe einen Hunderter und jetzt freue ich mich. Vielleicht ist Farigiraf ultra stark oder keine Ahnung. Der Typ normal Psycho. Das bleibt. Es gibt sogar eine neue Fähigkeit. Die haben wir in Pokémon Go nicht. Wiederkäuer. Da wird eine Bäre nach der nächsten Runde nochmal verwendet, wenn man eine trägt. Schauen wir mal, wann wir dieses Pokémon in Pokémon Go erhalten. Denn es ist keine Frage von, ob wir Farigiraf erhalten, sondern lediglich, wann werden wir es erhalten. Dann halten wir euch nicht länger auf. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Boop, boop.